Für mehr Lebensqualität, die Villa Gaza, euer Vermarkter von Wohneggertum. Mein Name ist Markus Gerber. Ein Wohnhaus in zwei Zimmern mit 4.266 Quadratmetern Land. Ob ein Seinfamilienhaus mit einer Eileggerwohnung oder ein Dreifamilienhaus. Beides ist denkbar. Vier Garagen mit viel Vorplatz, geheimlich auch viele Möglichkeiten. Im Landwirtschaftsbereich hat es ein kleines Betriebsgebäude, das zur Tierhaltung genutzt wird. Dir habt Fragen oder wünscht eine Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.